Der Käse, der aus der Reihe tanzt. Der Käse, der aus der Reihe tanzt. So ein Kräutergarten macht eine Höllenarbeit. Dauernd gießen, ständig für genug Licht sorgen und dann auch noch selber ernten. Kräuter Philadelphia, allererste Sahne und feine Kräuter, eine himmlische Kombination. Nur Kräuter Philadelphia ist so himmlisch würzig. Fokustitel, die CB2001 mit allen wichtigen Neuheiten. Wir bringen alle Fakten zu den besten Produkten. Handys, Organiser, PCs. Tolle neue Kameras. Vor allem stellen wir die Produkte ganz präzise dar mit allen Daten und allen Fakten. Das sind 48 Seiten voller toller Produkte. Montag ist Fokustag. Die muss man einfach probieren. Die Tomi Sandwich Creme. Die leckere Creme extra für Sandwich. Erst drunter, dann drüber. Wow, das ist ein Sandwich. Tomi, hier kommt der Genuss. Für Sandwich wie noch nie, nur die. Die Sandwich Creme von Tomi. Die Sandwich Creme von Tomi. Wow, die muss man einfach probieren. Die Sandwich Creme von Tomi. Und jetzt würde ich gern von euch wissen, was ihr später werden wollt. Du. Astronaut. Ah, Astronaut. Ja, Sergio. Archäologe. Archäologe. Luisa, und du? Tänzerin. Tänzerin. Was möchtest du mal werden, Sebastian? 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 Was möchtest du werden? 18. 18. Was möchtest du über die Formel 1? Natürlich das erinnerliche Gefühl. Die ultime Speed. Der Surge der Adrenalin. Und selbst wenn es übernimmt, ist es nie wirklich übernimmt. Formel 1 Lifestyle Party. Erleben Sie mit Bex die ganze Welt der Formel 1. Vom Rennen in Silverstone bis zur ultimativen Party in London. Anrufen und gewinnen. The Bex Experience. Vom Rennen Fanta Sunny Melon Erfrischend Melonig Die muss man einfach probieren. Fanta Sunny Melon Was braucht eine Frau, um perfekt durch den Tag zu kommen? Ein bisschen Glück und einen langanhaltenden Lippenstift. Neu. Color & Fix. Exklusive Jade von Maybelline New York. Amerikas Make-up-Marke Nummer 1. Ein unglaublicher Lippenstift mit zwei einfachen Vorteilen. Super Farben. Super Hals. 17. Perfett für jeden Tag Farben. Präzise wie ein Lip Liner. Geschmeidige Lippenfarbe, die nicht verwischt, nicht verläuft und stundenlang hält. Den ganzen Tag gut aussehen? Ganz einfach. Color & Fix von Jade Mabel in New York. Ich fühl mich schön mit Jade. Vollfrucht. Null Fett. Vollfrucht. Null Fett. Fruchtbombe von Schwartau. Leckeres Fruchtkompott mit Vitamin C für den ganzen Tag. Vollfrucht. Null Fett. Fruchtbombe von Schwartau. Ohne Farbaroma und Konservierungsstoffe. Immer mehr Menschen wollen intensiv leben, sich selbst verwirklichen und dabei alles unter Kontrolle haben. Das ist genau die Philosophie, die im Nissan Almera steckt. Im Grunde dreht sich alles um dieses Gefühl von Geborgenheit. Der Almera ist so konstruiert, dass seine Dynamik jederzeit beherrschbar bleibt. Er ist sozusagen ein Sicherheitsfanatiker. Nur im positiven Sinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist mir so nah in meinem Traum, dein Atem, deine Haut. Ich könnte dich berühren, schon bald, für immer. Lebe deine Träume mit Laura von Laura Biagiotti Parfum. Mein Rennkraftstoff kommt von Shell. Und auf der Straße tanke ich Shell Optimat. Jetzt gibt es von Always atmungsaktive Binden. Der Schutz, der so angenehm trocken ist, dass man ihn fast vergisst. Dieser Mann macht alles. Alles außer Mord. Dieter Landuris ist Privatdetektiv Uli Fichte. Fichte. Bitte? Ein Mann wie ein Baum. Mit Schlag bei den Frauen. Sie sind... Und eine Spürnase, die ihresgleichen sucht. Brillante Auffassungsgabe. Können Sie mir mal sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, Mord. Scheiße. Alles fängt immer so harmlos an und am Schluss liegt doch irgendwo eine Leiche. Doch zum Glück ist sein bester Kumpel hundertprozentig auf seiner Seite. Wer deinen Namen wählt, darf eine Woche lang den Müll runtertragen. Fast hundertprozentig. Freuen Sie sich auf jede Menge Stars und alles außer Mord. Neu in Sat.1 ab dem 28. März. Immer Mittwochs. Uli ist der Größte. In Sat.1? Ja. Das ist Marla. Sie hat ein kleines Problem. Hast du halt keine Doppelschicht? Der große Sat.1 Film mit einer Weltpremiere. Dann hat diese Krankenschwester jetzt ein Zimmer frei. Marla hat mir an einen weiblichen Mitbewohner gedacht. Und wenn ich so tue, als wäre ich schwul? Gott, ist das bezaubernd hier. Ich hab die Wohnung. Ich kann einziehen. Jetzt hat sie schon zwei Probleme. Das ist mein schwuler Mitbewohner Carlo. Und ihr neuer Freund... Hallo. ...ist das dritte. Was ich in Wirklichkeit will, sind Männer. Was? Ist so ein Kanu da. Wo soll das alles enden? Marco Riemer. Helmi Sösa. Wenn ich auf Frauen stehen würde, dann würde ich mich in dich verlieben. Floriane Daniel. Mark Hosemann. Sind denn alle netten Männer schwul? Dienstag 20.15 Uhr in Sat.1. Männer sind Schweine. Ja.